Hi Freunde, ich habe jetzt für euch die Sonderausgabe des Lidl Prospektes für das kommende Silvester 2020, 2021. Ja, da fangen wir direkt mal an. Es sind einige Seiten. Wir haben hier auf der Dankeschön, dass man mich wieder nervt, sobald ich ein Video mache. Wir haben hier auf der ersten Seite direkt das Erwina of Rockets, 20-teiliges Raketensortiment für 20 Euro. Da kann man nichts mit verkehrt machen. Für die, die Raketen lieben, definitiv ein Kaufwert. Kommen wir zur ersten Seite. Da haben wir hier die Matrix. Ist eine kleine 54-Schussbatze für 5,81 Euro. Ich habe eben beim Lidl Vorschießen alle Artikel gesehen und ich muss sagen, für den Preis ist das ein cooles Teil. Das fuck ich mir auf jeden Fall mal ein. Solltet ihr euch auch kaufen. Ist das gleiche gilt für die Raptor oder Raptor. 22 Schuss XXL Multi-Effekt Batterie. Ja, 11,63 Euro. Ist ein cooles Teil. Sah im Vorschießen ganz geil aus. Und ja, daneben haben wir die Twister. Ebenfalls eine Neuheit. Ja, da ging beim Vorschießen leider etwas schief. Die sind wohl nicht irgendwie gezündet. Es ging ein einziger hoch. Der war jetzt nicht so prall. Ja, war jetzt nichts für meinen Geschmack. Würde ich liegen lassen. Dann haben wir hier in Anführungszeichen eine Neuheit. Das ist das Rocket Clash. Das gibt es dieses Jahr in jeder Filiale. Also überall. Egal wo ihr wohnt. Hamburg, München, Berlin, Frankfurt, Köln oder wo auch immer. Hier haben wir einen Verbund. Den Time Machine. Für knapp 50 Euro. Da werde ich wie immer nichts zu sagen. Ihr könnt das aber auf YouTube finden. Ich lade jedenfalls auch gerade das Vorschießen hoch mit allen Neuheiten inklusive dem Abschlussfeuerwerk. Könnt ihr gerne auch anschauen. Kommen wir zur Big Surprise. Nur in ausgewählten Filialen leider. Und das ist das, was ich persönlich total zum Kotzen finde. Aber die Batterie hat mir jetzt persönlich auch nicht gefallen. Ja, auf jeden Fall angucken, bevor ihr euch entscheidet. Ja, darunter befindet sich die New Beastmaster. Ist die Beastmaster sogar. Für 12,60 Euro ist das ungefähr. Glaube ich. Oder doch 12,60 Euro. Ist nach wie vor ein geiles Teil. Kaufempfehlung. Die Stormy Flash. Gibt es jetzt deutschlandweit. Gebe ich eine Kaufempfehlung für raus. Ist ein cooles Teil. Fette. Zerleger. Geile Ausbreitung. Final Countdown. Ja, eine 72 Schussbatterie. 19,39 Euro. Solltet ihr euch das Video anschauen. Eine Kaufempfehlung definitiv ist die Firefly. Ja, XXL Batze. Extrem geil. Einfach kaufen. Ja, hier auf der rechten Seite befinden sich dann noch 10 Zauberlichter. Die waren jetzt nicht so wichtig. Kommen wir zum nächsten. Das ist die Alligator. Die hat mir beim Vorschießen eben ganz gut gefallen. Würde ich auf jeden Fall wieder dreimal einpacken. Gebe ich eine Kaufempfehlung für. Kaufempfehlung ebenfalls für die Goldraketen. Die sind wieder super gewesen. Ja, ich als Raketenliebhaber kaufe mir das natürlich zweimal. Ebenso wie das Highspeed Bomster nehmen für 9,69 Euro. Ja, leider sind hier die Preise etwas abgeschnitten. Ja, spreche ich eine Kaufempfehlung für aus. Ja, man kann aber auch natürlich zum Winner of Rockets dann lieber greifen, statt zweimal das Highspeed Bomster zu nehmen. Da habt ihr dann 20 Raketen und ja, Zeit 19,39. Das hatten wir ja schon an der Titelseite. Uranus sehr lange schon dabei. Ja, das Leuchtspektakel ist zum Glück auch wieder dabei. Spreche ich auch eine Kaufempfehlung aus. Der ein oder andere Artikel ist etwas schwächer mal geworden. Ja, leider gab es das nicht beim Vorschießen mit dabei, aber ich spreche definitiv eine Kaufempfehlung dafür aus. Gerne mal mitnehmen. Kommen wir hier zum World Championship. Ja, da spreche ich keine Kaufempfehlung aus. Ihr habt hier zwar Premium-Raketen. Ja, das sind so ungefähr die gleichen wie aus den Highspeed Bombs. Dann habt ihr noch ein paar Böller, nur Vulkane und ein paar Bees. Ja, das ist nichts so berauschendes. Das ist das Geld nicht wert. Aber wert ist das Geld auf jeden Fall bei den Skyshots. Da würde ich auch gleich zwei, drei Pakete wieder einpacken. Bombenrohre im Kaliber 28 mm. Definitiv einpacken. Dann hier ganz klar das File Fantasy. Ist eine absolute Kaufempfehlung. Ihr habt hier 30 Miniknaller drin. Die sollen aber laut einigen Aussagen von meinen Zuschauern unter einem alten Video mittlerweile verleitet sein. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich wundere mich nur, dass sie hier noch einzeln liegen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal nicht davon aus, dass die verleitet sind, sondern alle einzeln sind. Ja, dann haben wir hier Sonnenvögel bei, sieben Raketen mit Zerleger, dicke Brummer, Frösche, eine Quattrofontäne, ein paar Böller habe ich schon angesprochen, ein bisschen Jugendfeuerwerk, römische Lichter und Fontänen. Ja, Kaufempfehlung auf jeden Fall. Keine Kaufempfehlung meinerseits ist das Jules of the Sky für 17,45. Lasst liegen. Es ist zwar gut zum Warmschießen, ja, aber ein paar Euro weniger und ich würde dafür eine Empfehlung aussprechen. Für den, die es testen wollen, können sie es trotzdem mitnehmen, ganz klar. Dann haben wir hier einen Verbund, den Stardust. Ihr habt eine, ja, da ist eine Alligator drauf hier hinten und hier vorne ist eine Poison und hier ist eine Powerbox. Ja, einzeln kaufen, seid ihr günstiger mit bei. Dann haben wir hier unten den Pure Magic, den haben wir vorhin schon mal in einem anderen Video angesprochen. Ist eine Kaufempfehlung. Ja, der Preis ist etwas happig, aber die Batzen da drauf sind extrem geil und das Ding hier hinten sind jetzt schon quasi fast auf Schlag, also da geht es richtig rund. Haben wir hier oben den Perfect Illusion, 24,24 Euro. Ja, schaut euch am besten das Video an. Dann haben wir hier unten die Showmaster. War auch ganz cool zwischendurch, aber ja, zwischenzeitlich halt nicht ganz so mein Fall. Schaut euch das Video am besten an. Unforgettable, ja, muss jeder selbst wissen. 56 Schuss, XXL Multi-Effekt Fächer, aber das ist ja, die Fächer, die wir drin haben, sind extrem geil, gar keine Frage. Die Effekte an sich auch, ja. Würde ich eine bedingte Kaufempfehlung aussprechen. Firefighter, ja. 86 Schuss für 8,72 Euro. Dann haben wir daneben die Goldfinger, die ist, wie schon vorhin angesprochen, eine Kaufempfehlung. Ist eine schöne Goldbatterie mit ein bisschen rot- und blauen Effekten zwischendrin. Die Black Eyes, sehr lange schon dabei. Wie gesagt, ist eine Kaufempfehlung. Definitiv mitnehmen. Ist eine Fächerbatterie in Salven. Ja, super Teil. Und verschiedene Effekte. Viele. Dann haben wir hier die, ja, Double Flash oder Double Power, wie sie im ID wahrscheinlich wieder heißen werden. Definitiv eine Kaufempfehlung. Ihr habt hier 10 Bombenrohre mit Effekt und Bokeh am Himmel. Ist ein schönes Teil. Highlander, 53 Schuss, eine Palmstar Fächerbatterie. Ja, ist ein schönes Teil. Für 19,99 würde ich sie eher empfehlen. Aber für den Preis könnt ihr sie trotzdem mal mitnehmen. Kaufempfehlung. Meinerseits ist die Hellboy. Ja, wurde auch beim Vorschießen gezeigt. Ist ein cooles Teil. Für den Preis macht man da nichts verkehrt. Werde ich definitiv ein, zweimal mitnehmen. Ja, ist ein tolles Teil. Dann kommen wir jetzt zum Celebration. Ja, nichts Besonderes. Happy Sky, auch lange dabei. 72 Schuss, ja, Leuchtkometen zwischendurch. Ein paar Zerleger, aber nicht so das berauschen. Ich werde sie mir aber trotzdem mal mitnehmen dieses Jahr. Daneben haben wir eine Kaufempfehlung. Die Daredevil hat mir eben beim Vorschießen extrem gut gefallen. Wirklich richtig gut. Meiner Meinung nach sogar noch eine Steigerung aus dem Vorjahr. Kann ich mir jetzt aber auch eingebildet haben. Aber dennoch super Teil. Definitiv mitnehmen. Hier oben haben wir dann den Verbund Spotlight. Für 17,45 Euro. Darunter befindet sich die Powerbox. Auch Ewigkeiten dabei. Für knapp 5 Euro. Und im Anschluss haben wir hier die Discovery. Für 2,90 Euro. Ja, war ein schönes Teil. Sind halt Feuertöpfe. Ja, und leichte andere Effekte. Für 2,90 Euro kann man das mal mitnehmen. Dann haben wir hier Bombette. Ja, würde ich wie gesagt weiterhin nicht empfehlen. Jedenfalls nicht ganz. Wir haben da zwei Batterien mit Zerleger drin. Die Aquila und die Kalimbo. Die Aquila, auch bekannt als Atos, Reno, Poison, Fast and Furious und was weiß ich, was sie noch für Namen hat. Ja, dann die Kalimbo. Auch Zerleger habe ich schon angesprochen. Und ein paar kleine Fontänenbatterien da im Hintergrund noch. Ja, ob das die 30 Euro wert ist, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Keine Kaufempfehlung ist das Oceans of Light. Das ist zwar ein fettes Teil, brennt 2 Minuten, aber die Effekte sind jetzt nichts berauschendes und es ist auch nur 2 Meter da. Ja, die Painted Sky finde ich ein bisschen schade, dass die jetzt nur noch in ausgewählten Fialen verfügbar ist. Ich hoffe, sie ist verfügbar, wo ich kaufen werde. Ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Schöne bunte Effekte am Himmel. Ja, 50 Schuss. Gute Ausbreitung. Eigentlich meiner Meinung nach 22er Kaliber. War für das Kaliber auf jeden Fall ordentlich. Und 432 Gramm NEM-Hamper. Eine Kaufempfehlung spreche ich für alle vier Vulkaner aus. Den Einhorn-Poops, den Colorstars, den Golden-Silverstars und den Blinkstars. Für 8,72 Euro definitiv mitnehmen. Mehrfach sogar, wenn ihr wollt. Die von Themenbatterie Laser hat mir jetzt beim Vorschießen auch super gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Super Ding wieder gewesen. Das eine Jahr hat sie ja leider ein bisschen geschwächelt. Da war der Smart-Effekt nicht so geil, aber diesmal ist der wieder dabei und der geht richtig ab. Finde ich super Kaufempfehlung. Ja, die Casino Royale und die Queen of the Night. Last liegen. Das haben wir uns eben beim Vorschießen reingezogen. Ja, es ist langweilig wie eh und je. Nee, da... Nee, komm, last liegen, ganz ehrlich. Dann kommen wir zur letzten Seite. Ja, hier haben wir ein bisschen Jugendsortiment. Ein paar Riesenknall-Erbsen, da werde ich jetzt nicht so drauf eingehen. Die Lord of Whistle für 9,69 Euro. Leider etwas teurer geworden, weil jetzt das Plastik weg ist. Knallbombetten Flashbang, auch eine Kaufempfehlung. Schön, laut, ein Zelligerknall an der Luft. Im Himmel. Ja, super Ding. Definitiv auch. Drei, viermal mitnehmen. Dann haben wir hier das Leucht- und Knallsortiment Feuerfeger. Da habe ich ja vorhin schon eine Empfehlung ausgesprochen. Wir haben hier ein bisschen Cut 1, römische Lichter, ein paar Böller haben wir dabei, aufsteigende Effekte, Vulkane und so weiter. Kann man mitnehmen. Nicht mitnehmen kann man das Kracher-Inferno. Da habe ich ja vorhin auch angesprochen. Wären die kleinen Mini-Knaller da raus, dann würde ich da eine Kaufempfehlung für aussprechen, aber so definitiv nicht. Ja, dann haben wir den letzten Artikel. Das sind die kubischen Kanonschläge. Für 1,93 Euro bekommt ihr sechs Kubis. Würde ich auch gleich drei, vier Packungen einpacken. Die sind bestimmt wieder super Wahnsinn bisher eigentlich immer. Das eine Jahr haben sie halt leider etwas geschwächelt. Haben viele erzählt, ich hatte da trotzdem gute. Vielleicht habe ich einfach Glück gehabt. Ja, würde ich auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für aussprechen. Definitiv. Ja, und das war leider das Letzte schon. Ich vermisse leider die Power-Up, eine Batze, die ich super geil fand. Ich habe sie letztes Jahr einmal nur gehabt. Ja, hätte ich sie mir mal mehrmals mitgenommen. Auf jeden Fall, ja, super Sortiment wieder bei Lidl. Und ja, bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Abonniert doch meinen Kanal, lasst mir ein Abo da, schreibt mir etwas in die Kommentare. Und, achso, eine Sache habe ich noch. Ich habe vorhin ein Video hochgeladen, wo ich das Online-Sortiment von Lidl zeige. Da ist mir leider ein Fehler unterlaufen. Das habe ich erst gesehen, als das Video veröffentlicht war. Da habt ihr die Möglichkeit, diese Artikel, die dort angezeigt wurden, zu reservieren. Die anderen nicht, die nicht abgebildet waren, heißt nicht, dass es nur das jetzt im Lager gibt und auf Kauf dann. Sondern das sind nur die Artikel zum Vorbestellen gewesen. Das habe ich zu spät gesehen. Ja, aber dann nochmal, wie gesagt, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Prospekt wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.